Fingerabdrucksensor – am Beispiel des Samsung Galaxy A50 Um Ihr Samsung Galaxy A50 gegen unbefugten Zugriff zu schützen, können Sie es mit einer biometrischen Entsperrmethode absichern und so Ihr Smartphone auch schnell und bequem entsperren. Sie können zwischen Gesichtserkennung und Fingerabdrücke wählen. Zur Sicherheit müssen Sie vorab eine alternative Entsperrmethode aktivieren, zum Beispiel ein Muster, ein Passwort oder eine PIN. Die zusätzliche Entsperrmethode benötigt mindestens vier Ziffern, Musterpunkte oder Zeichen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und aktivieren Sie sie mit OK. Der im Display integrierte Fingerabdrucksensor befindet sich in der Mitte des unteren Bereichs. Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor und wiederholen Sie den Vorgang, bis Ihr Fingerabdruck vollständig registriert wurde. Berücksichtigen Sie auch die seitlichen Bereiche Ihres Fingerabdrucks, damit Sie später in jeder Position das Handy komfortabel entsperren können. Nachdem der Fingerabdruck komplett erfasst wurde, können Sie auch weitere Fingerabdrücke hinzufügen. Ist Ihr Galaxy A50 gesperrt, können Sie es nun durch Auflegen Ihres registrierten Fingerabdrucks entsperren. Schauen Sie sich auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema Smartphone an.